Nee, oder? Moment, wie viele Bahnen brauchten wir? Fünf. Gut, was müssen wir es kaufen? Wir haben Holz, wir haben... Aber es steht halt leider auch nirgendwo da. Wow. 14 Münzen für ein Sulfur-Ding. Aber gut, ich glaube, wir brauchen sowieso nicht mehr so viel Geld. Ich weiß auch nicht, wie lang die Demo noch geht. Es geht schon ziemlich lange, muss ich sagen. Ähm. So, wir machen mal ne neue... Gags. Zacke. Brauchen wir dann bald. So, und... Steine und Eisenerz... Geben wir mal ab. Uh. Wir können blocken. Entschuldigung. Kill a Bear. Was hat er gesagt? Die ist in der Nähe... In der Nähe des Dorfes, hat er erst gesagt. Wo ist denn Grandmothers Haus? Er hat gesagt, Grandmother ist... äh, einem Bär zu Opfer gefallen. Wow. Chicken gibt ja überhaupt nicht viel Essen. Wir können nicht hin, sondern... Wir können dich nicht hin, sondern... Wir können... Wir können die auch demonieren. Wir können ihn nicht hin, sondern wir können... Wir können auch den in die Nähe der Nähe des drötieren. Oder wir können ihn vielleicht hin, wenn wir in die Nähe des Drings-Ding. Bär. Achso, in den Questen. Mit dem Questmarker folgen. Ich habe ein bisschen Respekt. Der Bär sah auf dem einen Bild ziemlich böse aus. Und wenn er mich erschreckt, ich werde schreien, okay? Es wird mir leid. Warum ist dort schon wieder so ein rotes Ding oben? Ist der oben? Nee. Nicht beim Wachturm. Wir hätten vielleicht speichern sollen, oder? Ich habe Angst. Wir können speichern. Ich weiß nicht, wo... Ach Gott, das ist ja übelst weit weg. Dann finden wir noch ein anderes Dorf. Frage ist nur, ob die gut sind. Hat hier unsere Oma gelebt? Hallo, Dorf. Du gut oder böse? Ach, hier oben hat unsere Oma gelebt. Ja, dann ist das ein gutes Dorf, wenn wir sogar hier einen Schlafplatz haben. Wir können looten. Essen. Äh. Hier ein Bär gehört. Oh, hier ist Sulfur sogar noch teurer. Uh. Uh. Wir haben ein Dietrich gefunden. Damit können wir die Kiste dort in dem... Äh, in dem... müssen wir da öffnen. Aber gut. Riesenhaus und kein Loot. Da ist noch Loot drin. Wir hätten hier Sulfur gefunden. Und noch mehr. Nee, wir können noch was nehmen. Wir können noch was tragen. Oh ja. Auf Wiedersehen. Oh ja. Können wir hier ein bisschen essen. Bowstring können wir auch gebrauchen, wenn unser Bogen kaputt ist. Eine Mine! Neuin... Empty Bottel können wir füllen? Werden wir dann mal an dem Brunnen? Okay, wir gehen nochmal zurück ins Dorf. Wir sind nochmal an den Brunnen und wir müssen die anderen Häuser noch durchsuchen. Haben wir doch gar nicht alle Häuser, oder? Oh, tsch- Der waren wir noch nicht. Ich habe Angst, dass nach dem Bären die Demo vorbei ist, aber ich würde doch so gern... Oh ja, Arme Mathilda. Ist direkt der Baum umgefallen. Ich würde doch so gern... Wieso geht das nicht? Muss ich dafür... Ist jetzt in der Hand? Ich dachte, das ist ein... Oh, ich befürchte, wir müssen das trotzdem skillen, oder? Aber wo? Ich habe nochmal kurz ein bisschen auf... Leben geskillt. Warum geht das nicht auf? Wir haben doch jetzt extra so einen... Simple Locks. Wahrscheinlich ist das kein Simple Lock. Steht halt nicht dran. Oh, hier ist er lang? Kann das sein? Da ist er lang. Okay, wir gehen jetzt zu dem Bären. Aber ich würde halt eigentlich... Eigentlich würde ich gern nochmal schlafen... Speichern. Ich glaube, die sind nicht gut. Hä? Steht das immer nicht. Ich würde jetzt... Bist du für einer? Du hast Essen. Auch gut. Wo ist der Uhu denn? Wo ist denn mein Bett? Was ist doch hier? Ach, da. Ja. Gott sei Dank gibt es hier keine Nacht in dem Spiel. Nun denn, hinfort. Äh, wir haben echt nicht so gut Essen dabei. Guck mal, das Hühnchen, das füllt halt nichts auf. Jetzt sind meine Hühnchen alle. Jetzt trinken wir noch was. Noch einmal auffüllen. Dann geht's zum Bären. Gesprochen. Da kommen wir nicht rein. Orientierung ist gleich Müll. Da ist wieder so ein komisches Gegnerzeichen. Da ist ein gegnerisches Dorf. Äh, ich bin ja voll falsch. Moment. Wir gehen zu Oma Mathilde das Haus zurück. Folgend an dem Weg. So, hier ist er lang. Wir sind bald da. Ah, Hilfe. Wieso wird hier Musik so? Und wieso wird's neblig? Wird's neblig? Leute, die Musik? Die ist ganz gruselig. Ah, hier ist bestimmt... Ist das ne Bärenhöhle? Äh. Ja, cool. Das macht einen Schaden. Ah, du... Ich bin ja nicht tot. Ich muss irgendwie hinter ihm. Wieso regeneriert sich sein Leben? Moment mal. Okay, es hilft nix ins Inventar zu gehen. Okay, es hilft nix ins Maghi und . Uh... Wut? Was? 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 Ich weiß nicht, ob ich das schaffe mit dem Bären. Der ist ziemlich heavy. Und seine Energie regeneriert sich. Und seine Energie funktioniert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017